Und zwar stelle ich euch heute die allerersten Update-Hinweise für das nächste Update vor und zwar das Juni-Update. Ich habe ja tatsächlich vor zwei Tagen erst ein Video hochgeladen, wo ich euch 10 geile Update-Ideen vorstelle. Wir gehen heute einfach mal über einige Update-Hinweise... Du musst Mego schauen, die Serie, sonst checkst du als Anfänger nichts. Okay, das mache ich auf jeden Fall. Ich ziehe mir dann safe auch Mego rein, die Dings. Also, guck mal, das Ding ist folgendes, Alter. Wir brauchen gute Games. Wir brauchen gute Games und ich mache das einfach so. Ich gehe jetzt hin in nächste Zeit und nehme immer mal wieder irgendeinen Stream aus irgendeinem Bereich. So was wie ihn, ne? Hier, Clash, Clashes, Clashes Clan. Wie heißt der Kollege nochmal? Junge, diese Namen, Alter. Clash Games, okay? Wir gehen dann zum Beispiel her und dann machen wir einen Stream mit Clash Games und dann machen wir eine Runde von diesem Spiel hier. Wie heißt das? Brawl Stars, okay? Dann zocken wir einfach mit dem zusammen, ja? Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer... Hier, Clash, äh, Clashes, äh, Clashes Clan. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Digga Clash Games, was ist das für ein Intro? Warum hast du Inscope in deinem Video? Also, ich war vor ein paar Tagen, das ist tatsächlich jetzt schon ein bisschen länger her, in einem Livestream von Inscope am Start und hab mir mal angeguckt, was der Typ da so auf Twitch macht. Weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass der mal irgendwie wieder live geht. Ich hatte ihm irgendwie mal vor einer Ewigkeit gefolgt. Ich bin ganz vielen Leuten auf Twitch gefolgt, die ich irgendwie von YouTube auch kenne. Und hab dann so abends noch ein bisschen gechillt und hab dann gesehen, dass er gestreamt hat. So, dann war ich bei ihm im Stream am Start und hab ein bisschen was geschrieben. Hab so erstmal Hi geschrieben und so weiter. Und irgendwann sind wir dazu gekommen, dass ich ihn gefragt habe, ob er Brawl Stars kennt. Weil er irgendwie davon gesprochen hat, dass er mal ein paar Games zocken will, aber keine Ahnung hat, was er zocken kann. So, dann hab ich ihm vorgeschlagen, ey, guck doch mal nach Brawl Stars. Und dann ist folgendes passiert, was ihr in der Szene vor dem eigentlichen Müll jetzt hier gerade gesehen habt. Und das ist jetzt meine persönliche Nachricht an Inscope21. Inscope, ich fordere dich hiermit heraus zu einer Runde. One vs. One in Brawl Stars. Ich weiß, du hast das Spiel noch nie gespielt. Ich weiß, du hast wahrscheinlich gar keine Ahnung von dem Game. Ich kann dir davor das Ganze gerne ein bisschen beibringen. Aber damit du ein bisschen coole Unterhaltung für deinen Livestream hast und damit ich auch vielleicht ein ganz cooles Video für meine Zuschauer hab, möchte ich dich hiermit auffordern, dass wir einfach mal ein bisschen Brawl Stars zusammenspielen. Leute, das ist jetzt auch eine Nachricht an euch. Ihr müsst jetzt einfach mal alle zu Inscopes neuem Video gehen. Ich packe euch den Link mal in die Videobeschreibung und kommentiert dort, schau dir Clash Games Video an oder irgendwie Clash Games möchte gegen dich 1 gegen 1 in Brawl Stars spielen. Irgendwas so in der Art. Und ich hoffe mal, wir kriegen es irgendwie hin, dass ich mal bei ihm dann zu Gast bin in seinem Livestream und dass wir dann zusammen bei ihm für seinen Stream Brawl Stars zocken. Und im Gegenzug werdet ihr dann ein geiles Video auf meinem Kanal demnächst finden, wo ich dann hoffentlich gegen ihn ein paar runden Brawl Stars 1 vs. 1 spiele und ihm das Spiel ein bisschen beibringe. Ich muss sagen, ich finde die Idee ziemlich, ziemlich cool. Ihr könnt ja einfach mal, falls ihr Bock darauf habt, dass ich das jetzt vielleicht mal mit Inscope mache und vielleicht ein paar anderen YouTubern aus dem deutschen Bereich, die Brawl Stars noch nicht kennen und die wir einfach mal zu einem 1 gegen 1 herausfordern können. Dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, Leute, lasst einfach mal 3000 Daumen nach oben auf diesem Video da. Das würde mich ziemlich, ziemlich freuen. Dann zeigt ihr mir, ey Clash Games, das ist eine geile Idee. Das wollen wir auch mal mit anderen YouTubern sehen. Und dann bin ich echt mal gespannt, zu wem ich da irgendwie Kontakt aufbauen kann. Ich meine, ich kenne jetzt nicht so viele größere deutsche YouTuber, außer halt die, mit denen ich schon mal irgendwie aufhabe, Gamescom oder sowas, oder in Brawl Stars Kontakt hatte. Also so über mehrere Ecken kann ich wahrscheinlich zu denen Kontakt aufbauen. Zum Beispiel über Brawl Bro, der kennt ja auch viele größere YouTuber. Muss ich mal schauen. Aber bis dahin würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr einfach mal jetzt meinen Kanal kostenlos abonnieren wollt und die Glocke aktiviert. Und ich würde sagen, wir zeigen doch jetzt einfach mal dem lieben Inscope, wie jetzt so Brawl Stars funktioniert. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal ein kleines bisschen Solo-Showdown mit der lieben Bibi spielen. Und Inscope, das ist jetzt hier einfach mal eine kleine Anleitung für dich. Du kannst einfach mal zuschauen. Ich werde jetzt hier live spielen. Das Video, was er sich da angeguckt hat, war tatsächlich ein Video von mir, wo ich Update-Ideen oder Update-Hinweise oder sowas vorgestellt habe. Für jemand, der halt keine Ahnung davon hat, von dem Spiel, ist so irgendwie natürlich ein komischer Einstieg in Brawl Stars. Deswegen, wir werden jetzt einfach mal einen Brawler auswählen. Und ich habe jetzt hier meinen niedrigsten Brawler am Start. Und zwar ist das tatsächlich Bibi. Halli, meine Lieben. Und nein, Inscope, das ist nicht Bibis Beauty Palace. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal Bibi. Das ist so eine Art, das ist die in unserer Sprache Kneipenschlägerin. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in eine Runde Solo-Showdown. So, let's go. Ich habe jetzt meine Bibi bei 200 Pokalen. Das ist jetzt nicht allzu viel. Die meisten meiner Brawler habe ich bei 500 circa. Und wir gucken jetzt einfach mal. Oh Gott, warum laggt denn das gerade so? Alter, oder? Laggt es? Ich habe irgendwie das Gefühl, es laggt. Weil normalerweise ist ja Bibi ein bisschen schneller. Aber okay, wir gucken einfach mal. Ich probiere trotzdem auf jeden Fall die Runde zu gewinnen. Und wir sind jetzt hier schon mal zwei Power Cubes am Start. So, da vorne haben wir einen Colt. Da oben ist auch auf jeden Fall irgendjemand hingelaufen. Ich glaube, ein Leon, wenn ich das nicht falsch gesehen habe. Ach, da ist der Leon. Okay. Da ist der Leon. Gut, wir werden jetzt erstmal ein bisschen hier runterlauern. Oh, da ist noch ein Leon. Bruder! Bruder! Was ist denn jetzt hier los? Oha! Oha! Die Pipe hat mich jetzt fast tatsächlich schon weggesnappt. Das ist nicht ganz so geil. Okay, da vorne ist eine andere Bibi. Ah, okay. Jetzt laggt es nicht mehr. Wow! Warum auch immer es gerade eben geleckt hat. Fragt mich nicht, Leute. Fragt mich nicht. Oh lol, die Piper hat aber übel rasiert. Hä? Warum habe ich den Hit nicht bekommen? Okay, da vorne ist eine andere Bibi. Interessante Sache. Die werden mir jetzt gleich erstmal hier wegboxen. Na, natürlich kriege ich nicht den First Hit, ey. Oh man. Oh man. Nein, ey. Und dann bin ich genau an dem Sandwich. Also das sollte uns auf jeden Fall, wenn wir zu zwei spielen, sollte uns das nicht passieren. Wenn ich jetzt gegen Inscope spielen sollte, dann wäre es natürlich ganz gut, wenn ich den da irgendwie ein bisschen einkesseln kann mit dem Bots. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde machen. Ich muss hier natürlich ein gutes Beispiel sein. Guter Brawl Stars YouTuber sein. Und hier mal ein Victory Royale holen. Heißt von den zehn Leuten der erste werden. Da gucken wir einfach mal. So, natürlich ist jetzt meine Batterie mal wieder alle. Das ist natürlich ganz, ganz standardmäßig, Leute. Das muss sein. Mein Handy ist eigentlich irgendwie gefühlt immer alle. Ich check gar nicht, warum. Das ist eine ganz dumme Eigenschaft von mir, dass mein Handy nie voll ist. Okay. So, da vorne ist ein Spike. Der sogenannte Kaktus. Das ist nicht ganz so schön, dass der da ist. Wir laufen jetzt erstmal. Oh man. Oh man. Ich hab halt nur ein Power Cube. Das ist jetzt nicht ganz so optimal, würde ich sagen. Na komm. Ja, die Rose haben wir. Die Rose haben wir. Sehr cool. So. Da vorne ist der Barley, der Barkeeper. Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal hier links lang. Es leben wieder nur noch drei Spieler. Der Barley wurde jetzt gerade tatsächlich geholt. Da vorne ist ein El Primo. Den boxen wir jetzt hier einmal weg. Hitten ihn jetzt hier mit unserem Kaugummi Ball. Boxen ihn nochmal weg. Oh, schade. Mist. Okay, da vorne sind die zwei El Primos. Da will ich mich auf jeden Fall einmischen. Oh nein, ich darf nicht in ein Sandwich gelangen, Leute. Ich darf nicht in ein Sandwich gelangen. Das wäre ein bisschen unoptimal. So, am besten wäre es, wenn wir den El Primo da vorne... Ja, wenn wir die irgendwie... Ey, die haben doch gerade schon geboxt. Leute, boxt euch doch nochmal ein bisschen, bitte. Boxt euch doch nochmal ein bisschen. Da seid ihr doch gerade beide. Ja. Ja, und so macht man das in Scope. So macht man das. So staubt man dann halt einfach die letzten beiden ab und wird dann easy erst seine Runde. Plus sieben Pokale. Ich habe es ja gesagt hier. Ich muss natürlich ein gutes Vorbild sein. Und ja, Leute. Ich würde sagen, das was dann jetzt hier auch mit dem kleinen, aber feinen Video ist, sei es einfach nur ein kleines Challenge, eine kleine Herausforderung, ein Herausforderungsvideo an den Inscope 21 sein. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich werde dann probieren, auch ein paar meiner Zuschauer rüber zu schicken, wenn du dann am Livestream bist auf Twitch. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Lasst wie gesagt einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Brawl Stars Video. Euer Clash Games und ciao. 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 .